ja halli hallo ihr lieben wir sind hier in world of warcraft rass of the licht king klassik in der version 343 wir sind hier in nordland im schulasser becken wenn es in various basis lager bei backhand will mit der quest meister der schreckenssäblerjagd der beute auf der spur backhand will denn es in various basis lager möchte dass sie drei schanko gefährden aus den schreckenssäbler fährten nahe des bittertidensees heraus liest 18 89 so dann mal hinter heraus liest hier heraus lasst noch mal gucken mal gucken was die quest so sagt und was wir genau da machen müssen hier sind so eine fallen das sind nicht schanko spuren ach so diese spuren müssen schanko gehören also nicht schanko spuren die lauter fallen sind und dann muss man wohl rausfinden wo schanko ist nochmal schanko drei von drei nahm also schon dann können wir zurück das ging schnell und durch die wallachei geflogen schon durch die wallachei geflogen so und dann können wir bei backhand will wieder abgeben meister der schreckenssäblerjagd der beute auf der spur 18 gold 89 quest beenden ich danke euch fürs zusehen schaltet gerne wieder ein lasst gerne like und abo da schaltet gerne mal auf mein twitch kanal ist verlinkt im youtube kanal und damit bis zum nächsten mal Tschaui 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 Tschaui